aufgestellt aber es ist kein sport mieter und wir haben ein weniger drin das ist ein gutes zeichen dann kannst du es noch mal am theming balken theming balken hallo wo bist du hier aber ganz minimal ich habe jetzt gerade noch ryan court ja bei der kasche wird es wahrscheinlich noch mal dauern beziehungsweise er ist halt die frage was die sonst noch besser keine ahnung schon mal verschiedene sachen rein und hat immer passiert leben stark gut dieses stream verlängert sich um vier stunden erreicht wir wollten pünktlich feierabend du hast da was erwähnt ich habe jetzt schon gesagt wir haben so viel gebaut da kann man sicher was ihr habt gesagt wie nur bis 21 uhr ja wir waren entsetzt und haben gefragt werde ich entführt hat aliens oder sonst wer und werden also zwar da wieder gefressen also interessanterweise das wäre nicht besser dann irgendwas anderes reingepackt habe ich habe ein extra blaues fleisch jetzt auch noch rein also die äpfel sind glaube ich noch vollständig ist wollte ich reingepackt habe keine ahnung ich glaube ich habe mir noch mal als im chat steht der mag fleisch also dass es mit fleisch geht das heißt ja aber nicht dass es seine bevorzugte speise ist ne gucken wir mal wenn wir sehen was als nächstes frisst und gerade hier ist eine wunderbare stelle wo man es dann einfach zusammen kann für youtube dann notiert ihr die zeit das brauche nicht ich schneide sowieso mein programm ich schaue mir den stream sowieso dabei noch mal an quasi ok das wird es dauern ja ich fürchte auch ich habe gerade wie schneller hunger verliert wisst ihr was dann machen wir wieder mal folgendes ich bin jemand vorher holt holt zu trennen also wofür die monster list wir haben doch alle die wir getötet haben kriegt was und kärtchen oder töten wird gezähmt ja getötet dann müssen wir auch die kascha haben wir haben was er steht da nicht dran was die gerne nein schade ich habe gedacht vielleicht steht auf dem kärtchen drauf was ihr bevorzugtes futter ich stelle mich mal hier hinten auf den stein ich muss ganz kurz mal ich will nur nicht naja ich komme nicht hoch egal bin gleich wieder da ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Du denkst, das hast Riding. Eine Suchfunktion gibt es da gar nicht. Nein. Du suchst eine Weile, bis du dich auskönnst. Ja, aber es wird ein bisschen dauern. Ah, es gibt Pferde, ne? Ja, ich hab aber noch keine gesehen. Ich auch nicht. Ah, da ist er ja wieder. Da ist irgendwas furchtbar aus. Äh... Was ist denn das? Oh, keine Ahnung. Ich hab geklaut. Nackig. Er hat mich geklaut. Nicht schon wieder. Was war das? Ich bin tot. Der macht 300 irgendwas Schaden. Oh, irgendein Spektalmonster. Spektra. Level 10. Was? Äh, ja. Soviel zum Thema Kascha. Ja, wahrscheinlich. Ich seh ihn unter nicht. Das kam überraschend. Das war, Carsten, das war wie unser Giftwiffern-Alpha. Ein Schuss. Ach, der hat meine Rüstung komplett kaputt gemacht mit einem Mal. Okay. Äh, ich muss mal... Heilung und so. Okay. Okay. Oh, cool down. Der Altar. Äh, ja. Okay. Der marodiert dann auch in der Gegend rum. Ich weiß bloß nicht gegen was. Ich glaub gegen den Kascha. Na, super. Aber ich wage da jetzt nicht was gegen zu tun. Ne, du bist mit einem Ding tot. Oder mit zwei. Ja, ja. Vor allen Dingen, na, kick da hochkommen wir niemals durch die ganzen Kaschas. Ne, da musste ich jetzt reparieren vorher. Ja. Was zur Hölle ist das? Ja, meine ganzen Shards sind weg. Ja, irgendein Spektral. 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 Mach mal eben Magic Shards. Ich höre noch, was irgendwie... Ja, komische Geräusche macht. Also, als würde mein Leichnam noch dort liegen, ne? Okay. Ist er noch über dir? Er ist noch bei dem Kascha. Du schreibst, manchmal ist das Spiel schon ein Arsch. Ja, ja. Nein. Was zum Geier war das? Tja. Auf jeden Fall war's was, was ganz böse Auer macht, weil das hat mich ein One-Hit-Hit. Ich hat's dann nur, äh, ausgezogen, aber mich hat's mit einem Schlag weggehauen. Ach ja, Bea. Allerdings kam von hinten. Warte mal. Ich hab' eine Idee, du, du, du oder Bea. Also, Blzzauber König kann ich vermelden. Okay. Würde ein magisches Wesen sein. Eis wirkt. Feuer wirkt auch. Danke, ihr zwei. So. So, und wie tue ich da respawn? Ich klicke den Altar an. Ja, links kannst du in der Liste zum Beispiel auswählen den Altar und dann sagst du respawn. Ah, ja, okay. Ähm. Guten Tag. Egal. Ich seh ihn nicht mehr. Ach je, ich bin ja komplett kaputt. Ja, deswegen sei ja, du musst dich reparieren jetzt erstmal. Komm, und, erfreulich auf mich zu? Wow. Könntest du aufhören, diesen Mist auf mich zu werfen? Renn weg im Zweifelsfall. Ja. Das Problem ist nur, ich laufe jetzt quasi in die Richtung, in der die Bären waren. Oh, schön. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Vielleicht sind sie ja noch nicht respawned hier. Die teleportieren sich übrigens auch. Ich, äh, mach mich dünn. Ich glaub, mit dem Kascha ist er fertig. Ja, ich fürchte auch. Ja, Kascha liegt da ziemlich, äh, ungesund aus dem. Wir hatten ganz kurz einen Kascha in Aussicht, sagen wir es wenigstens. Voll gemein. Ja, vielleicht sollten wir uns dann die näheren Kaschas nochmal angucken. Hier vielleicht auch nicht ganz so röppeler. Ein Bär. Super. Äh, Kupfer? Nein, müssen wir es tun. Wir haben alles. Ich bin in den Boladen. Shit. Das wird nix. Der kippt mich. Das ist durchaus wahrscheinlich, dass er das tut, Thorsten. Ja, das ist schön. Fuck. Ja. Die Bärchen sind aber auch echt böse. Ja, nur wenn man zur Zeit überladen ist. Sonst eigentlich nicht. No. Was? Ilo, das hört sich sehr seltsam an. Er hat mich ausgezogen auf den Hinten. Ist auch nicht. Mano. Für deine Fantasie können wir jetzt wirklich nicht. Aber echt. Wie viel Kuh dann hat in dieser komische Alter. Hatte bei mir knapp zwei Minuten. 33 Sekunden noch. Aber du siehst, es muss nur drüber, dann sieht. Achso, geht was da auch. Ja, du siehst das so auch. Und nicht bei Nacht. Naja, irgendwann wird es Nacht bei der Zähmung. Ich meine, ihr habt gesehen, wie schnell der geht. Ja. Also, pff. Ja. Vor allen Dingen, man findet das Tier ja nicht, dass man sagen kann, hey, tagsüber. Sonst bitte nicht. Ich esse gleich Süßigkeiten vor lauter Frust. Blue teilt gerne. Warum so frustig? Ja, immerhin haben wir einen Kascher gelegt. War doch auch schon mal was. Seid ihr schon unterwegs, eure Pläne zu holen? Oder seid ihr nicht hier? Ich bin noch hier. Wir sind noch am Reparieren. Wir sind noch am Reparieren. Ist ja alles kaputt. Also, bei mir ist nichts mehr ganz. Der hat uns wirklich mit ein, zwei Schlägen komplett ausgezogen, im Endeffekt. Dabei ist es egal, von hinten oder von vorne, wir sind. Ja. So, um die Frage nach der Reparatur des Level 2 Frost Spells zu beantworten, man braucht nur Magical Essence. Okay. Ah. Ich brauche Holz. Das haben wir Holz bestimmt irgendwo. Also, durchaus was, was man bewältigen kann. Hast du die behalten, oder was? Was? Wen behalten? Oder hast du dir den unterwegs vorher schon hergestellt? Ich habe mir den zur Lüster gesteuert. Ach so. Da nur in der vorderen Kleinkiste, wo früher unser Bett stand, liegen noch 50 Pfeile. Okay. Okay. Ich brauche Holz. Okay, umgekehrt Holz, ich gehe nicht schnell raus. Habe ich überhaupt noch Werkzeug hier? Ja. Den da muss ich einmal rülperren. Alles andere kann ich unterwegs machen. ja soll man da wieder hin bringt ja nichts wenn der kascha tot ist naja ich weiß nicht wie es bei dir also weil der ganze könnte die ich gesammelt habe ist dann noch eben 15 minuten stand bei dem respondings dran wenn es wirklich nur 15 minuten sind werden wir es nicht schaffen ach so wird sie mir nicht weg davon eigentlich nicht was ich jetzt auf jeden fall versuchen wollte das was ich habe kann ich nicht mehr verlieren ja kann jetzt auch nicht mehr verlieren als ich habe also von daher ich stehe hinterm haus wieder ja ich repariere gerade noch meine armbrüste wollte die dichter gegeben habe jetzt behalten die armbrüste kannst du wieder haben ich habe beide repariert kannst du also sonst nehme ich gerne du siehst ja wie schnell sie kaputt gehen ja relativ schnell mit dem magisch soll ich nicht so viel anfangen willst also nicht nicht so gut klarkommst dem wir sind feil und boh was aber schon immer ich bin ich werde auf dem Ich war ready. Der Chat hat mich darauf hingewiesen. Ich muss noch ein Ding reparieren. Okay. Fehlt ein Zau. Danu, hast du die Pfeile mitgenommen? Nein, ich habe genug Pfeile. Ich habe mal vorher welche hergestellt. Dann würde ich sie nehmen. Ja. So. Sicher ist sicher. Jetzt bin ich fertig. Ich lege schnell noch ein bisschen Holz raus. Das ist nicht zu schwer. Unser Warteständer. Repariert. Bewaffnet. Bereit, diesen Dings in den Hintern zu treten. Und blockiert von dem Hirsch, der im Eingang steht. Zum Glück haben wir ja mehr als Eingang. Wir haben, genau. So. 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 So, was habe ich drin in meinem Stäbchen? Da vorne leuchtet was, Link. Da ist ein Loot. Oh, ja, okay. Oh, ja, okay. Kann ich gar nicht zugreifen. Stehen wir an. Elder Goot. Oh Gott, Trisha. Ja, dann weiter. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, ja. Wenn wir uns dort lassen müssen, ja. Baum. Wo ist da noch? Nehmen wir euch. Ach, hier. Wo ist da? Wie war das? Den Weg entlang und bei der Abgabelung links, ne? Ja, genau. Darfst du das nicht fragen. Ja, da oben links. Es war im Prinzip wirklich nicht weit. Bär. Da ist ein Bär. Das ist der Bär, der mich gekillt hat. Da liegt auch mein Loot. Oh, okay. Irgendwie ein Pritzelkatze. Oh, Pritzelkatze. Na toll. Pritzelkatze und Bär. Und ich habe ein gebrochenes Bein. Er ist tot. Wo ist die Pritzelkatze? Die teleportiert sich die Rennens her. Ja, jedes Mal, wenn ich Verlangsamungszauber habe. Verlangsamung ist schon lange drauf. Die bewegt sich so physisch. Ich habe kaum noch Gehirn. Okay. Wenn ich gleich mal ein Loot aufnehme, dann kann ich dir auch nur ein Ding da hinstellen. Ein Schlafsack. Karsch ist tot. Weil der Schlafsack müsste im Loot sein. Da ist noch ein Bär, im Übrigen. Bei deinem Loot, oder was? Ja. Vielleicht da. Da, wo die Zahlen auch steigen. Verlangsamt ist er schon. Verlangsamt ist er schon. Ich hatte doch nur die Feige. Ich hatte doch nur die Feige. Schlafsack. Sub. Sub. Ah, ich sehe es da vorne. Rot leuchten. Vielleicht kommen die ja auch nur nach. meistens mal noch mal hin nein nein der war böse da ist mein loot einen loot habe ich irgendwer rennt am boden wer ist denn da vor mir mit kürbis bin ich ja jetzt stehst doch wieder das war das lagerfeuer und das müssten der futterdruck gewesen sein ok hat jeder sein lud inklusive futterdruck lud den futterdruck hat da auch hinüber zu erwarten wahnsinn schickert und ich muss mal unbedingt gewichtlos werden wieso kann ich das nicht brauchen hat jemand fällen ja ich hab halt ich hab schon wie ist es bei mir schön dankeschön ja das war unser kascher gewesen und es wird nein ist das tag sehr schön hat dachte es wird schon wieder dunkel nein so das sind die falschen also irgendwo dahinter dem hinter dem felsen verläuft die ich dort zuläufe da habe ich den typen abgehängt okay ich bin weiß nicht ob man da hinlaufen sollen nein sollten wir nicht ich wollte es nur erwähnt haben nicht dass einer auf die weg und da noch eben dann zu fischen oder so okay nee dann ich wäre da ganz schwer gegen wie wäre es wenn man kascher haben wollen mit kascher vor mit was da wo wir wohnen wir sind jetzt noch im kascher vorrast immer noch ja habt ihr viele betäubung ja dann schauen wir halt mal in kascher vorrast ja dann schauen wir halt mal in kascher vorrast laden sagst du was der ist noch alt dann könnte man vielleicht mal hat wenn irgend einer kupfer braucht zum reparieren muss er was sagen ich habe jede menge von dem zeug dabei ja schauen wir halt mal darüber wer von euch hat eigentlich gerade einen hexenhuhn drauf ich ach das bist gar nicht du danno ne man ist kaputt ich habe mir gedacht bei den ganzen viechern die hier magischen schaden machen ist ein hexenhut ein bisschen magisch nicht die schlechteste idee verlangsamt ja dann okay betäuben ja ja 112 könnte ich irgendwann den äh das fleisch da sichern was da drunter ich hab's drin in meinem inventar wo ist das au 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 aua lass das ich bin gleich tot ich stehe auf dem stein muss ich gewinne noch mal so ein eisbill mit der ist mir zu schnell okay halbes leben habe ich noch also zwei schläge was mich in frieden ich sag dann lass mich in jetzt ist wieder hinter mir her okay ja 3 nein trefft doch mal kerl aua hier schnell nein low gegen den stein super wenn man hier nicht dauernd hängen bleiben würde ja äh fast zu lange mein server au au ist jetzt wieder hinter mir her er wird schneller er wird schneller hab ich ihn getrun nein nein aua ok meine betäubungspölle sind alle es ist ja wohl schon so aua ja ich komme aus der türe raus steht ein kascher vor der tür guten tag nachbar ich werde gleich sterben wir sind voll weit gekommen ist noch irgend jemand bei euch da hinten am leben ja alle bis 60 zu oben okay dann blinkt rot ich zieh mir gerade eine speedrone rein und uhr geilo wenn wahrscheinlich gleich ins nächste verderben west und out alles genau ja super läuft ja ja mich verfolgt der bär ok der bär der bär warum was hast du mit dem vor ich konnte mich ein bisschen hoch du bist immer noch an der stelle ich hoffe ich finde ich laufe jetzt einfach einen weg entlang ich habe keine ahnung wo ich bin der tue und hier unter mir rum wie schon gesagt ich hatte mir gedacht ich gucke mal ob intelligente ersetzen hier liegt ein loot beutel das ja meiner oder verkosten so jetzt wirst du karte stehen hier auf einem stein gegenüber der abzeigen etwas tiefer so mein freund verlangsamt wäre schon mal gucken was wir hier anstellen können ne von hier reiche ich nicht krascher ganz schlecht die auch keine schaden die auch einen schönen abend bloß dich daran dass ich uns an keinen schaden mache ok ich bin mein guter hinten komme ich im moment nicht hin keine ahnung wo ihr seid ich war gerade am lootbeutel ich bin doch gerade wieder den weg runter gelaufen ich gedacht habe ich sehe dich irgendwo aber ich sehe dich nicht naja wenn du den weg erreicht hast dann kannst du mich eigentlich nicht übersehen erinnerst du dich noch wo der super dieser baumhärte ist an dem wir vorbeigekommen sind der baum was dieser baumgeist also auch nicht dieser laufende baum ach der baum ok also ich bin jetzt an eurem lootbeutel ja ich bin quasi demgegenüber ich sehe ich von ihr problemlos aber das sehe ich nicht dann ist das vielleicht da noch heute wo ich sehe zahlen ja das ist aber das sind drei kaschers lass mich grad von denen gehen oh misst skelett wo haben sie unter mir hochgeschossen eben denke ich mal ah ich sehe kasper und den bär habe ich das skelett noch an der backe ja aber jetzt müsst ihr da wieder gehen warum komme ich da hin ohne sich den bär pull und dann ist der agro auf mich und dann pampelt hier unten rum dann hoffen wir mal dass das so bleibt wenn ich komme kann leider gottes kennt keine zehn feile drauf schießen die bleiben alle am felsen hängen ich kann nur verlangsamen von hier aus ja ich hab gar keine zehn feile mehr oder vielleicht noch eine handvoll also zehn kann man vergessen ja ich heiße die kaschers rennen da jetzt rum also zehn feile wir haben ja vorher gesehen wie viel schon reingehauen ich habe noch vier stück ja also killen kriegen wir hin die wohnen da ne ich habe gar keine bedäubungspferde mehr ja ok schön sam also zu killen ist kein problem die wohnen da ja ist diese kasche vorreist komisch hoch was ist das ach da nur denk was rennt da für ein komisches monster mensch bonnet hat mich auch noch keiner genommen aber es tut mal leid ist weg nennt ein komisches monster ja ach 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 ok muss ich mir erstmal kurz wieder was anziehen hier ja ja es ist ja nicht essen alle PR will PR weg sind sie wieder ich geh mal aus weil ihr euren Loot wollt ich bin grad bei meinem Loot ja 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 ich halte jetzt davon das themen verschieben aufs nächste mal hm können wir machen dann sollten wir vielleicht gleich damit anfangen oder ja jetzt müssen wir nur noch heile nach hause kommen öfter wir sollten uns da vielleicht dann noch 10 minuten aufhalten weil du weißt der setzt uns ja dann wieder zurück ja ja wir müssen uns ja nicht klar ausloggen dann ja so was essen ups falsch das du pfeifst da nur hinterher oh oh ah hast du den hinterm angeguckt oh man wir haben alle den gleichen hintern was nein ich hab meinen extra schmal gemacht oh nein warten wir noch auf den Carsten mhm so ich hab's ja im Moment keine Ahnung wo ihr seid direkt hier direkt hier ah direkt da da Baumbad Baumhirte Baumgeist wie auch immer Baum einfach nur Baum naja Bäume gibt's hier viele ja eben ja eben oh was ist das ach dass du Kürbis komm mhm ich würde aufpassen ich hab da vorher irrsinnig viele Kachers gesehen da vorne ja ich hab gerade eben auch einen gesehen als er direkt aus der Tür kam der kam mir entgegen ja aber der ist tot ich bin überladen ich muss mir kurz ohne reinziehen mhm ok weiter geht's oh das sind 1 2 3 Kachers 4 Kachers überm fluss ja beim fluss wollte ich ja nicht sogar ne ne wollte ich nur sagen ja schon mal da oben bei denen haben die Baum Warte gekillt irgendwas knistert im Unterholz Hallo Baum die 2 haben mindestens einen Kacher schon gekillt hm ich denke eher 2 weil ich hab 2 gesehen als ich das eben gerade wieder aufgestanden bin da sind Pflanzen auf dem Dach ja deine Blümchen wachsen hm ich will ne tolle Funktion ähm vergiss es aha ist aber noch nicht ausgewachsen wächst noch ne ding ah da haben wir schon höher ab cool mhm 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 das soll was sein mag äh das brauchst zum Beispiel zum kochen und zum kraften also das wirst du öfters brauchen mhm ach ach achso brauche ich vorher noch einer von denen und dann kann ich mir ja am nächsten mal müssen wir nochmal zu diesen Eisfiechern ja damit Lilo auch den 2er kriegt hast du ihn inzwischen auch? ich habe ihn jetzt gerade hergestellt mhm aber mit einem kriegen wir keinen weiteren hin ja mit einem nicht, wie viel brauchen wir denn? 6er äh 5er 5er das ist sehr ärgerlich Lilo, du hast keinen, ne? von was redet ihr überhaupt? von dem äh Water Elementor Core ist ein blaues Gebilde nai n schade Weil drei hab ich noch. Die hab ich jetzt in die magische Werkbank getan. Ja, wie gesagt, da gehen wir das nächste Mal noch einmal hin und holen den Lilo auch genug. Ja, ja. Wir brauchen ja nur einen. Das kriegen wir ihn. Eben. Dann haben wir alle den Zweier. Hast du, du meintest, du hast Kupfer übrig? Ja, meinte ich. Wo hast du das? Äh, ich tue es mal hier in diese Schmiede rein. Okay. Eins, zwei. Wir brauchen. Das reicht schon. Was macht da Schaden? Was? Schaden? Total überladen. Ah, in der Kasha raus. Ah, Kasha knabbert an unserem Häuschen. Wir haben ein knusper, knusper Häuschen. Oh, oh, danke. Geht weg. Ich hab den in den Popos geschossen. Schauen wir nach oben. So, jetzt haben wir noch kein Dach. Unheimlich, ich bin so überladen. Tod ist er. Tschüss, Kasha. Kann sogar looten durchs Fenster. So, schau die Kasha rüber aus. Okay. Such die Kohle. Wir hatten noch Wochen eine Kiste mit viel Kohle drin. Die suche ich. Äh, die brauchst du nicht suchen, weil, äh, ich hab euch für euch eine Bezeugungsfehle gestellt. Ah, so. Das heißt, alles weg. Gern wechseln. Guck einfach in den Forges, in den Wandfackeln. Okay. Wir bauen genau auf der Grenze von Kasha. Ein paar Hundert haben wir mit Sicherheit noch. Okay. Nichts. Da liegt grad, zack, jetzt rein. Ich lege da auch mal 90 rein, Gelu. Ah ja, Heid hab ich ordentlich mitgebracht. Okay. Aber, mhm. Die Eiselementare gibt's auch, wenn man hinten aus dem nördlichen Lager raus, den Berg hoch geht. Okay. Kann kaum laufen, ihr werdet's nicht glauben, was mir fehlt. Stroh. So, was meinen Sie, Mädels? Dann machen wir für heute Schluss. Äh, dann machen wir Schluss. Ja? Ja. Und beim nächsten Mal gehen wir direkt zum An. Ja. Jawohl, mhm. Also, wer will? Obwohl, wir brauchen ja noch Pfeiler, aber gut, da können wir jetzt noch schauen, ob wir... Äh, Kasha im Haus. Auf dem Haus. Das ist toll, ich kann kaum laufen. Ja, ich lieg grad im Bett. Na toll, Danu. Ich lebe da alles. Die ganze Party. Wie sind die da reingekommen? Ich bin nicht tot. Ich kann kaum laufen. Ich vermute mal, die hat so einen von uns da gebittert und hat sich rein teleportiert. Wenn die sich umdreht, bin ich echt tot. Ich kann kaum laufen. Ich bin tot. Oh, Gott. Ich vermute mal, die hat sich... Hallo, wir brauchen ein Dach, bitte. Ja, ich weiß. Mann. Gibt's nicht. Wir wollen Sam. Okay, ich würd sagen, wir machen hier Schluss und ich baue jetzt noch das Dach fertig. Oh ja, das ist ne gute Idee. Also, ich sag mal, gute Nacht. Danke, Lilo und danke, Carsten. Gerne, gerne. Und bis nächste Woche. Tschüss. Bei dem Haus steht noch eine Kasha. Bye, bye. Oder? Ja, ganz viele. Ich will doch kein Dach mehr bauen. Also, tschüss. Tschüss. Tschüss.